Ja, Frederik Jäckel, herzlich willkommen hier bei Arminia Club TV. Wir dürfen sicherlich Freddy sagen, wir erwischen dich hier zwischen den beiden Einheiten des Tages. Das Wichtigste vorweg, wie geht's dir, was machen die Muskeln? Ja, erstmal herzlich willkommen, mir geht's gut. Gestern hatten wir ein lockeres Training, der Trainer hat es wie ein Welcome-Training beschrieben. Und heute war schon Vormittag ein bisschen eine intensivere Einheit und hat aber Spaß gemacht. Und da war echt auch viel Spaß dabei und aber auch viel Feuer, also war top. Und jetzt hatten wir gerade Mittagessen, jetzt eine kurze Mittagspause und dann geht's zur zweiten Einheit. Ja, du sitzt hier in der wunderschönen Kaiser Lodge. Wie gefällt's dir hier? Und vor allen Dingen auch, wie wurdest du aufgenommen? Passt das bisher alles für dich? Ja, also das Hotel und die ganzen Bedingungen, die Möglichkeiten hier im Hotel mit dem Platz, die sind echt sehr gut. Also da haben wir echt tolle Bedingungen, um hier gut arbeiten zu können, bis nächsten Samstag. Und von der Mannschaft her hat mich auch sehr gut aufgenommen, hat es mir sehr einfach gemacht, mich zu integrieren. Und ja, das passt alles sehr gut.